Wir sehen uns heute mal zusammen das Spiel Terraria an, das im Prinzip genauso funktioniert wie Minecraft, aber es ist trotzdem komplett anders. Es ist ein klassisches Survival-Aufbauspiel, das seit Jahren in meiner Steam-Bibliothek vor sich hin gammelt und das liegt auch daran, dass die Grafik und die Auflösung, dass das alles ein bisschen abschreckend ist. Davon habe ich mich aber heute mal nicht abschrecken lassen, habe einfach mal reingespielt und ich möchte euch das Spiel kurz vorstellen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist meine Spielfigur, das ist die zufällig erstellte Welt und dann geht's auch schon los. Die Musik habe ich ausgeblendet, die Auflösung ist relativ niedrig, weil je höher man die Auflösung macht, desto kleiner wird die UI. Ich bin leider ein paar Mal gestorben in der Nacht, denn es gibt hier einige Gegner, gegen die ich mich noch nicht so richtig wehren kann. Jetzt gewittert es auch noch und ich glaube ich warte mal bis das Gewitter vorbei ist. Ein Goldfisch, das ist mein Buddy, der erklärt mir das Spiel und der beschützt mich auch ein bisschen. Und jetzt wird es langsam Tag und ich raue mich wieder in die Richtung meiner Höhle, die ich jetzt weiter ausbauen muss, damit es mir nicht nochmal so geht. Das ist meine Höhle, die habe ich mir gegraben, meine Werkbank oben links seht ihr die Werkzeugleiste, genau wie in Minecraft. Bewegt wird die Spielfigur mit den Pfeiltasten, links, rechts springen mit Space und jetzt ist die Frage, wie kann ich das Ganze hier verbessern? Mein Inventar rufe ich auf mit Escape, da habe ich mir schon mal eine Tür gebastelt, gucken, ob ich die hier irgendwie platzieren kann und ob das was bringt. Man beachte den Schleim mit dem Regenschirm. Wie soll ich hier jetzt die Tür platzieren? Vielleicht brauche ich erstmal Wände oder sowas? Ich müsste ja auch irgendwo Steine haben oder Holz, kann platziert werden. Holz, probieren wir es doch mal damit. Ja, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Haustür. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich auch die Tür platzieren. Jetzt hoffe ich, dass ich hier sicher bin. Mehr oder weniger. Und dass ich hier auch wieder rauskomme. Mit Rechtsklick kann ich die Tür schließen. Wunderbar. Mit der Spitzhacke können wir hier uns durch den Boden hämmern. Auch das kennt man aus Minecraft. Wie gesagt, im Gegensatz zu Minecraft ist das hier halt alles 2D. Aber durchaus sympathisch gemacht, wie ihr gerade eben an dem Schleim mit dem Regenschirm gesehen habt. Also mir gefällt das überraschend gut. Es ist irgendwie schade, dass ich dann hier früher mal reingespielt habe. Es ist ähnlich wie Minecraft und doch komplett anders. Jetzt baue ich mir hier so eine Grubel in der Hoffnung, dass die Mobs, die nachts vorne da reinfallen und da womöglich auch bleiben. Außerdem kann ich bei der Gelegenheit gerade noch ein bisschen Stein abbauen. Und dabei sollten wir nicht vergessen, dass wir auch irgendwie wieder hochkommen müssen. Also das hier ist meine vorübergehende Behausung. Die Tür geht sogar automatisch auf und zu. Ich nehme es nur, ich kann da jetzt nicht mehr hochspringen. So. Wieder aufs Schwert wechseln. Ein Regenschirmschleim ist das. Sehr schön. Ich gehe mal wieder zu meinem Baden. Das ist gar nicht gut, dass es so dunkel ist jetzt, wenn es regnet. Wie gesagt, der hilft mir ein bisschen. Was es mit den Leuchtstäben auf sich hat, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Die sind gar nicht so ohne hier die Regenschirmschleime. Ich hoffe, dass es eventuell doch nochmal aufhört zu regnen. Und dann erforsche ich die Welt noch ein bisschen. Und dann erforsche ich die Welt noch ein bisschen. Ich weiß auch gerne, welche Tageszeit wir haben. Das wird mir hier gerade auch nirgends angezeigt. Pilze können da einsammeln. Hier wird es ein bisschen bergig. Und hier habe ich noch eine Höhle gefunden. Sehr schön. Da platziere ich doch gleich mal eine Fackel. Und schaue, was in der Truhe drin ist. Radar, Leuchtstab, Kräuterbeutel, alles einsammeln. Sehr schön. Ich glaube, das hat sich hier gelohnt. So, jetzt bekomme ich Besuch. Ich muss hier auch wieder raus. Das ist ziemlich gefährlich, glaube ich. Die Frage ist nur, wie komme ich hier wieder raus? Und jetzt bin ich gleich wieder tot, leider. Aber immerhin bin ich draußen. Und jetzt lässt der Regen ein bisschen nach, bilde ich mir ein. Und da ist der Kollege mit dem Bogen. Und jetzt wird es schon wieder dunkel. Ich muss hier weg. Das hat alles keinen Sinn. Rein in die warme Hütte. Und da warte ich erst mal, bis mein Leben wieder aufgefüllt ist. Und dabei können wir mal ins Inventar schauen. Ich habe mir vorhin einen Schmelzofen gecraftet. Den sollten wir dann auch mal irgendwann hinbauen. Theoretisch müsste ich hier jetzt eben Erze veredeln können. Nacht, Nacht, Eulen, Trank, Bombe, Rückruftrank, Kupfermünze, Glibber, Steinblock, Linse, also allerlei Zeug sammelt sich hier an. Bleierz. Das kann man hier anscheinend nicht veredeln. Zinnerz. Noch nicht ganz rausgefunden, wie das funktioniert. Herstellen Bleibaren, Zinnbaren. Aha. So geht das. Also so können wir unsere Erze veredeln. Da können wir jetzt wieder neue Waffen herstellen. Wie diese Bomben hier zum Beispiel, Haftleuchtstab, Leuchtstab, Glibber. Wir probieren mal das hier aus. Pfeile, Holzkörpe, grauer Ziegel, Bleibziegel. Ja, je mehr Materialien wir finden, desto mehr Zeug können wir herstellen. Und als erste Folge zum Thema Terraria soll es das gewesen sein. Wahrscheinlich ist das auch die letzte Folge, je nachdem, ob euch das Thema interessiert oder nicht. Hinterlasst mir gerne mal einen konstruktiven Kommentar dazu. Was haltet ihr davon? Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Jetzt heißt es wieder warten, bis der Regen aufhört, beziehungsweise bis es mal Tag wird. Vorteil ist, dass man hier nichts essen muss, offensichtlich. Man hat nur die Lebensenergie, um die man sich kümmern muss. Damit ist man aber schon gut beschäftigt. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüss. immersionale Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020